Gute meine Freunde und willkommen zurück bei DoorKickers. Ja, wir müssen jetzt diese Hütte hier einnehmen, das haben wir uns ja fest vorgenommen. Im letzten Part sind wir ein bisschen daran gescheitert, dass das Gelände zum einen weitläufig ist und zum anderen habe ich ein bisschen versagt hier an der Tür, bis dann mein Handy geklingelt hat und wir abgebrochen haben. Nach 18 Minuten war glaube ich okay. Ich habe jetzt eine andere Idee, ich lasse den Schild mal Schild sein und nehme den nicht mit, weil hier draußen ist auch kein Kontakt und da drin brauche ich ihn eigentlich nicht. Sondern ich versuche jetzt hier eine Stealth-Klasse mitzunehmen und den hier hinten irgendwo hinzubringen. Aus dem einfachen Grund, weil das ja eine Mission ist, wo ich einen Gangster-Boss wohl festnehmen muss und ich vermute ganz stark, dass der sich hier irgendwo auffällt. In diesem Bereich, hier in diesem Wohnbereich und vielleicht kann ich da einfach hinten rein sneaken, während ich hier vorne ein bisschen Terror mache und den einfach hier rausholen, durch die Hintertür und dann einfach zur Rescue Zone bringen und dann hat sich das Ganze erledigt. Das ist zumindest so die Idee, die ich habe. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Jetzt bringe ich erstmal meine Schützen hier wieder in Position. Achso, nee, doch, nee, das war richtig. Und zwar so, dass ich dann gleich wieder wirken kann. Auf den Typen da in der Hütte. Ab hier müsste das eigentlich gehen. Machen wir da nochmal einen kurzen Stop hin. So. So. Roger. Dann passt das ja ungefähr. Gut, alles klar. Dann sind wir schon mal Oscar Mike hier. Keine Tangos. Covering. Keine Kontakt. Sieht klar. Auf den Target. Willkommen. Auf den. Okay. Bekann. Dann kann die Party ja gleich losgehen. Keine Kontakt. On your mark. Covering. Sehr gut. Moving. On target. No tangos. Covering. On your mark. Das lief schon mal hervorragend. Okay. Got it. I'm on it. On target. No contact. No tangos. Ne, das machen wir anders. Okay. Wem brauche ich denn am wenigsten? Ihn hier. Okay. Oh, Italics wurde auch befördert. Sehe ich gerade. On it. On it. Roger. Roger. So, dann können wir glaube ich die Vorderseite ganz gut überwachen. Roger. Und hier schon mal loslaufen. I'm on it. I'm on it. Okay. Hier laufen wir mal raus. Okay. Gucken, ob sich da was tut. Got it. Willco. I'm on it. Got it. Roger. Looks clear. On target. On target. No tangos. Roger. On target. On target. Ist da was? Okay. Können wir den ausschalten? Bier uns einfach mal. Dann bringen wir ihn nochmal in die Nähe, falls es nicht gut klappt. Ja, und schon sind wir verletzt. Das ist natürlich doof. Got it. Meinen Scharfschützen erstmal ranholen. Got it. Okay. Dann die Schrotflinte an die Tür. Und die beiden können wir dann gleich weiterlaufen lassen. I'm on it. I'm on it. Willst du vielleicht mal schießen? Natürlich wieder jemand verletzt. Ich glaub's ja nicht. Nachladen. Ich bin klar. On target. On your mark. Okay, dann können wir hier weiter. I'm on it. Den Scharfschützen bringen wir jetzt mal hier in Position. Oder nee, das ist nicht ganz so pralle. Okay. Probieren wir es doch eher mal hier. Tango down. Ja, einfach mal im Vorbeigehen. Ey, kein Problem. Das ist halt so der Killer of Doom hier. Unglaublich. Das Schwierige an den Bäumen ist, ich weiß nie genau, wann ich da durchgucken kann und wann nicht. Das ist echt nicht so pralle. Problem ist auch dieses Dave-Klasse mit diesem Drecks-Mini-Kindergewehr. Kann man auch schlecht einsetzen gegen die schweren Buben hier mit ihren kugelsicheren Westen. Das ist auch nochmal ein Problem. Sieht nicht so aus, als würde hier jemand rauskommen. Macht nichts. Oh. Oh, aufgeräumt. Sehr gut. Hat sich rentiert. Holen wir noch jemanden mit zu zum Sichern und dann laden wir. Ja, schon wieder jemanden angeschossen. Ne. Alle verwundet. Das hätte ich besser machen können. Schauen wir mal, wie es läuft. Da hätte ich hier vielleicht einfach mehr Druck machen müssen. Dann wäre das besser gelaufen. Schauen wir mal rein. Schauen wir mal rein. Sieht klar. Auf Ihren Mark. Affirmativ. Oh, hallo. Warten wir nochmal. Warten wir nochmal. Affirmativ. Surprise, motherfucker. Seht ihr, wie viel der einsteckt? Das ist echt krass. Affirmativ. So, die Frage ist, wo der andere Boy jetzt ist. Schauen wir einfach mal nach. Die können wir jetzt nachladen. Fat Guy of Doom schicken wir zurück. Der ist so stark verwundet. Ich will nicht, dass der auf dem letzten Meter dann noch stirbt. Hier oben kommt, glaube ich, nichts mehr. Aber gut. Sicher ist sicher. Das sieht so weit frei aus, oder? Ne, da ist ja ein Feind. Okay. Hm. Mit Doorbreach? Ja, haben wir. Da ist unser Feind. Sehr gut. Wenn wir uns das auch gleich holen. Boah, er hat den Doorbreach überlebt. Ich glaube es ja nicht. Gucken, ob da irgendwas rauskommt. Sieht nicht so aus. Affirmativ. Sieht klar. Ja. Den können wir uns schnappen. Den Boy. Hätte ich das gewusst, dass hier... Ja. Hätte ich gewusst, dass er da ist. Hätte man sich auch... Die Tür habe ich auch gar nicht gesehen. Hätte man auch gleich hier oben lang gehen können, ne? Naja. Gut. Dann kommen wir mit, mein Guter. Hey, ich bin auf deinem Back. Zeit, zu gehen. Primärer Target geschlossen. So. Komm mit. Und dann verschwinden wir hier. Okay. Was habe ich denn jetzt hier? Wirres gezeichnet. Hüpp. Okay. Okay, sobald die einigermaßen hier weg sind, ziehe ich auch ihn zurück. Zum Schluss dann meine Scharfschützen. Affirmativ. Sieht klar. Okay. Affirmativ. Okay. Jawohl, ein geordneter Rückzug hier. Auf Target. Jawohl, geschafft. Drei Sterne. Gut. Wir sind hier fertig. Drei Sterne. Ja, da können wir doch, glaube ich, zufrieden sein. Jetzt kommt die letzte Mission, aber leider... Leider unsere besten Schützen verbundet. Ich kann mich aber trotzdem, glaube ich, mitnehmen. Fat Go of Doom müssen wir leider da lassen. Aber ich habe einen Doktrinenpunkt, den könnte ich noch irgendwie ausgeben. Äh, Double Tap haben wir schon, oder? Long Range Duels für die Pistolen. Oder Fast Pump. Naja, ich benutze ja sowieso die... Autoschrottwürttemberg. Ach, den habe ich ja auch sowieso schon gekauft. Okay. Äh, Speed. Emergency Reload. Hm. Ja. Oder das Ganze hier mehr auf Close Range skillen, die Schrot finden, also in engen Räumen. Ich glaube, das rentiert sich doch. Hier haben wir, glaube ich, sowieso alles. Fehlt uns nur noch hier ein bisschen was und dann haben wir alle Fähigkeiten freigeschaltet. Jawohl. Jetzt will ich dann mal kurz gucken, wer alles so gelevelt hat. Äh, Italics. Ja, hat sich auch gut gemacht. Hm. Bad Guy of Doom ist schwer verletzt. Okay. Hier haben wir auch bald das nächste Level. Da auch. Hm. Ihm geht es nicht so gut, aber gut. Das passt schon irgendwie. Ja, nö, passt doch alles. Ähm, ich wollte aber gucken. Ob ich mir ein besseres Gewehr für die Stealth-Klasse kaufen kann. Welches hatte ich denn da nochmal hier? Honey Badger hatte ich mir doch überlegt. Ja, das sieht gut aus. Jawohl. Jawohl. Ist gekauft. Sehr gut. Oh, und dann würde ich sagen, als nächstes werden wir die Geiselbefreiung hier machen müssen. Da freue ich mich ja schon riesig drauf. Ach, ne. Wir werfen einen kurzen Blick drauf. Oh, wenn ich das schon sehe, ne. Oh, nein. Das wird so richtig hässlich werden. Bad Guy of Doom ist verwundet. Da müssen wir mal gucken, ob wir den mitnehmen. Warum habe ich Italics denn jetzt zum Stealpha gemacht? Äh, das wollte ich gar nicht. Auf der anderen Seite geht es ihm aber noch gut, im Gegensatz zu anderen. Dann machen wir ihn doch gerade mal, bauen wir kurz um zum Schrotflintenschützen. Und lassen Italics mit Schallgedämpften reingehen, weil er wird ja alleine operieren. Da ist es ganz gut, dass er da noch fit ist. Deste Wege ist das, glaube ich, ganz okay. Was haben wir hier? Schild wieder. Ja, gut. Hier könnte man es unter Umständen fast gebrauchen. Ja. Ich selbst. Soll ich da bleiben? Ne. Das ist mal der Crazy Russian hier. Nehme ich hier meinen besten Schützen noch mit. Schrotflinte haben wir hier. Und hier haben wir einmal Stealth. Ja, gut. Doch, das könnte was werden. Wir schauen einfach mal rein in die Mission. Wenn sie jetzt diesen Part nicht schaffen, ist das okay. Oh, ich habe noch Platz. Ich kann noch jemanden deployen. Ja, dann. Nehmen wir doch noch mal Crazy Russian mit. Packen da aber auch, glaube ich, eine Schrotflinte mit ein. Äh, ja. Diese Autoschrotflinte, die hat sich ja schon oft rentiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war eine gute Investition. Oh, ich habe einen Scharfschützen. Und hier sind scheinbar alle Geiseln. Wie viele hatten wir? Acht Geiseln. Ne, fehlt eine, glaube ich. Mal schauen, mal schauen. Aber ich glaube, hier haben wir nicht so einen extremen Zeitdruck wie bei anderen Missionen. Nehme ich doch einfach mal hier meinen Breacher. Äh, meinen Stealth-Kumpel. Und dann schauen wir mal. Hm. Mein Scharfschützer hat halt auch überhaupt keine Sicht. Natürlich sitzt er an dem Fenster, wo die geil sind. Das macht gar keinen Sinn. Aber egal. Okay, es sieht gut aus. Okay, da ist ein Gegner. Da drüben auch einer. Und dort. Lassen wir das mal kurz ein bisschen weiterlaufen. Wo laufen die jetzt hin? Die gucken sich erst mal an, Gude. Äh. Und jetzt los? Geht da einer auf Toilette, oder was? Wo kam der denn her? War der hier auf Toilette, oder was? Ich glaube das nicht. Der ist hier auf dem Klo. Ne, jetzt machen wir das mal anders. Okay. Lassen wir das mal kommen. Hier gucken wir mal. Jede Menge Gegner. Das ist natürlich jetzt nicht so pralle. Ist aber machbar. Oh Mann, ich dachte, ich hätte eine gute Waffe. Gibt's ja nicht. Ich verstehe nicht, warum er mich zuerst gesehen hat. Gehen wir einfach mal hier rein. Gucken, vielleicht läuft er dann an uns vorbei. Ob das besser klappt. Hier nochmal schnell reingucken. Dann bereiten wir da einfach den Breach vor. Gucken, wie gut das klappt. Da war eine Geisel. Ach nee. Die steht direkt da vorne, oder? Oh, da muss ich nochmal gucken. Ich wusste, es war nach Geiseln. So ein Scheiß. Genau. Da muss man jetzt viel eine Geisel hinstellen. Muss man, glaube ich, da oben hin, oder? Also das mit der Stealth-Klasse, das habe ich, glaube ich, noch nicht so raus. Also ist irgendwie ein bisschen doof. Spottet. No shot. Okay. Got it. On target. Okay. Ähm. Wie machen wir das? Dann müssen wir hier oben durch. Packen wir hier das Schild hin. Schrotflinte. Hier Sturmgewehr. Und Schrotflinte. Haben wir Long Range. Die halten wir uns nochmal ein bisschen zurück. So, dann gucken wir mal. Muss hier irgendwas hinfliegen. Und dort drüben muss was hinfliegen. So, und jetzt vor. Oh Gott, wenn die da unten... Äh, da müssen wir, glaube ich, nochmal nachziehen. Roger. I'm on it. Got it. Got it. Da müssen wir nochmal ganz schnell eine Flash werfen. I'm on it. Okay. Flash out. Mission failed. Ja, okay. Schade. Boah. Das ist aber eine vertrackte Situation hier an dieser Stelle. Toll. Dieser Scharfschutz ist so unnütz. Ich glaube, ich gehe gleich hier oben rein. Weil wir müssen den Gegner hier flankieren, um die Geise zu bekommen. Das ist ja klar. Das Problem sind nur die beiden Boys da unten. Ja. Die müsste man halt mit Flashes eindecken. No shot. Affirmative. On it. On your mark. No tangos. Das ist halt auch nicht so die super Idee. No tangos. Got it. No contact. Got it. Got it. Na. So. Die kriegt man auch nicht richtig geflasht. Das ist das Problem. On your mark. Flash out. Get down. Yep. 100%. Get down. Roger. Okay. Man down. Mission is a fail. Jawohl. Ja, schwierig. Aber ich glaube, damit werden wir uns im nächsten Part beschäftigen. Wer stellt denn die Geisel da vorne hin? Das ist doch so ein Schwachsinn. Gut. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und ich sage, bis denn. Bis dann.